Die ThyssenKrupp-Aktionäre, die haben schon seit längerer Zeit nicht mehr viel zu lachen und gestern hat das Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht. Im zweiten Quartal wurde ein Verlust von 946 Millionen Euro eingefahren und man erwartet deutlichen Umsatzrückgang für das zweite Halbjahr. Grund sind vorübergehende Werksschließungen, also im Grunde Corona-Effekte. Vorübergehende Werkschließungen, dann natürlich Automobilindustrie, großer Abnehmer, großer Kunde von ThyssenKrupp und die Bänder stehen still. VW haben wir jetzt gelesen, musste wieder die Bänder stilllegen, nachdem man gerade erst wieder angefangen hatte. Also es sieht insgesamt nicht gut aus und ich befürchte, dass es noch schlimmer kommen könnte. Ich habe zuletzt bei der Wirecard, die ja mit brutal schlechter Informationspolitik geglänzt hat, da habe ich gesagt, Mensch Vorsicht, da können sich auch 80, 90 Euro, die können sich nochmal halbieren. Und dafür habe ich deutliche Schelte bekommen. Wie könnte ich das denn nur sagen? Das sei ja fahrlässig und nicht professionell. Aber ich halte es für nicht professionell, wenn man nicht auf die Risiken hinweist. Denn wir haben es bei so vielen Aktien schon gesehen, dass die sich früher gut gehalten haben. Aurelius zum Beispiel, der Liebling unter den Dividendenaktien von vielen, auch die haben sich mehr als halbiert. Und selbst jetzt bei ThyssenKrupp, die sich schon auf niedrigem Niveau befinden, sieht es zumindest aus charttechnischer Sicht so aus, als würde sich der Preis nochmal deutlich, ich will nicht sagen halbieren, aber dass es nochmal ordentlich runter geht. Und selbst 4 oder 5 Euro, auch die können sich nochmal halbieren. Und ich möchte hier einfach auf die Risiken hinweisen und darauf hinweisen, wenn Sie sich engagieren in so eine Aktie, die jetzt einfach deutlich gebeutelt wurde, egal jetzt ob von Corona oder sonst wie, wenn man da auf eine Turnaround Situation spekuliert, dann gehen Sie bitte vorsichtig vor und setzen Sie Stops oder investieren maximal so viel, wie Sie tatsächlich auch bereit sind, am Ende zu verlieren. Denn es kann ja auch mal sein, dass so ein Unternehmen, okay, naja, man kann es sich ja mittlerweile kaum vorstellen, dass irgendwie ein Unternehmen pleite geht. Dafür sind dann ja die Notenbanken und die Politiker da, um hier Rettungsschirme aufzuspannen, was meines Erachtens auch nicht korrekt ist. Aber trotzdem, seien Sie sich des Risikos bewusst und jetzt würde ich sagen, abonniert noch schnell meinen Kanal und dann machen wir Kamera aus und Glaskugel an. Hier sehen wir die Thyssen-Kruppe auf Wochenbasis, also wirklich langfristiger Chart, zurückreichend bis ins Jahr 1988. Und da können wir erkennen, dass wir uns schon lange Zeit, also schon vor langer Zeit, hier im Bereich 6,35 Euro bis 7,10 Euro, man kann es auch noch ein bisschen höher ziehen, 7,50 Euro roundabout. Da hatten wir 88, dann im Jahr, was ist so 92, 93, Anfang der 2000er wurde dieses Niveau mal erreicht und jetzt auch zuletzt erreicht. Nachdem wir aber schon von weit, weit oben gekommen sind und uns hier schon mehr als halbiert haben und dennoch besteht hier weitere Gefahr. Und jetzt gucken wir uns die Thyssen-Kruppe einmal im kurzfristigen Chart an. Hier sehen wir einmal diese Uraltmarke 6,35 bis 7,10 Euro noch ein bisschen weiter laufen. Und dieses Niveau wurde, nachdem es unterschritten wurde und da ging es hier einmal mitten im Gap nach unten. Und Gap-Widerstand hat hier ziemlich eindrucksvoll seine Wirkung gezeigt. Es ging weiter von 6,40 Euro roundabout auf 3,40 Euro. Und jetzt gucken wir uns hier diese Aufwärtsbewegung an. Sie sollen ja auch was lernen, wenn ich hier meine Videos veröffentliche. Das war erstmal deutlich steil und dynamisch. Das war eigentlich ein gutes Zeichen für eine mögliche V-Formation. Heißt, zu schnell, zu weit abverkauft worden. Das war ein starkes Zeichen. So, dann die Korrektur. Wenn wir gucken hier von über 6,10 Euro ungefähr auf fast 4,10 Euro, 4,20 Euro zurück. Das ist eigentlich schon wieder ein Zeichen der Schwäche. Und das hat eigentlich hier nur zwei Tage gedauert. Wenn wir so eine V-Formation sehen, dann zeichnet die sich eher dadurch aus, dass wir stark nach oben laufen und kaum merkliche Korrekturen sehen. Viele versuchen dann ja, ich sag mal, 38% Retracement irgendwie einzusteigen. Aber bei so einer V-Formation ist das halt oft mal so, dass wir nur ganz flache Korrekturen auf hohem Niveau sehen und dann geht es weiter aufwärts. Das Bild hat die ganze Lage schon wieder etwas eingetrübt. Dann aber wieder recht deutlich nach oben gelaufen. Altes Verlaufs hoch. Wir haben uns dem Gap-Widerstand genähert. Und dann haben wir hier erstmal eine Seitwärtsbewegung gesehen. Das war okay. Als wir dann aber das Gap-Widerstandsniveau, die Ultra-Altmarke hier, angelaufen haben, dann kam es nochmal knüppeldicke. Und das hier war ein schlechtes Zeichen. Gap nach unten. Massiver Abverkauf. Unter dieses kurzfristige Unterstützungsniveau, da haben wir dann später nochmal angetestet, seitwärts gelaufen. Und jetzt die Schleusen wieder geöffnet. Hohes Handelsvolumen. Da lassen einfach viele ihre Aktien freien Lauf. Da werden die Schleusen geöffnet. Wir befinden uns jetzt aktuell an einer Unterstützung 3,92 bis 4,22. Hier hält die Aktie ein Stück weit. Und ich kann mir auch gut vorstellen, weil wir jetzt schon recht deutlich nach unten gelaufen sind, dass wir das nächste Widerstandsniveau hier im Bereich 4,60 bis 4,86 anlaufen. Und hier müssen wir aufpassen. Sehen wir im Bereich 4,60 vielleicht so Schatten auf der oberen Seite. Also Zeichen, dass dieses Gap-Widerstandsniveau nicht akzeptiert wird. Dann besteht die Gefahr, dass wir, ich sag mal hier, von 4,60 in Richtung 3,27 bis 3,40 Euro das Corona-Tief nochmal ansteuern. Und vielleicht sogar darunter hinauslaufen. Denn wenn wir uns das große Bild anschauen, von Bodenbildung ist hier momentan noch nicht wirklich viel zu spüren. Ein ganz kurzfristiges Unterstützungsniveau. Das wäre für mich aber, wenn man so an die Höhle der Löwen denkt, da wird ja immer gesagt, naja, das ist kein Investment Case für mich. Und genau das ist auch die ThyssenKrupp momentan nicht für mich. Zumindest nichts Langfristiges. Man kann hier im kurzfristigen Bereich, könnte man aktiv werden. Man könnte im kurzfristigen Bereich auf der Longseite, wer mutig ist, ich mache es persönlich nicht. Man könnte im Bereich 4,60 könnte man auf weitere Trendfortsetzungssignale schauen und dann auf eine weitere Abwärtsbewegung spekulieren. Ich habe dazu auch mal ein Hebelzertifikat rausgesucht, weil da auch immer wieder die Frage kommt, na Mensch, es gibt so viele Hebelzertifikate, welche sollte ich denn da wählen? Was könnte man denn da nehmen von den vielen tausend Zertifikaten? Und da muss man sich zuerst einmal natürlich die Frage stellen, okay, was erwarte ich denn, beziehungsweise wie ist meine Trading-Idee? Und dann suche ich mir ein Hebelzertifikat, welches zu dieser Trading-Idee passt, welches ich mit dieser Trading-Idee umsetzen kann. Und wenn wir jetzt mal rein hypothetisch, ist natürlich keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung, nur als Informationsbeispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, ich erwarte hier im Bereich des Gap-Widerstandes, dass die ThyssenKrupp hier erneut weiter abverkauft wird, dass wir dann ein Hebelzertifikat nehmen, was eine Knockout-Schwelle oder den Stop-Loss zumindest halt über diesem Gap hat. So könnte man sagen, naja, okay, ich erwarte, dass maximal das Gap geschlossen wird und dann wähle ich zum Beispiel ein Hebelzertifikat mit einer Knockout-Schwelle über 5 und da ist dann so ein bisschen, wie weit über 5 sollte man gehen, das ist irgendwo ein Stück weit Geschmackssache. Ich habe hier mal zum Beispiel ein Hebelzertifikat mit einer Knockout-Schwelle bei 5,12 Euro, da gibt es viele gestaffelt, 5,11, 5,12, 5,13, 5,15, 17, 18, also im Grunde alles nach oben. GC4-DX6 zum Beispiel ist ein Hebelzertifikat mit Knockout-Schwelle bei 5,12 Euro oder wenn ich mal noch weiter gucke, 5,20 Euro hätten wir hier zum Beispiel HW0-D0D als mögliche Hebelzertifikate. Und da müssen wir mal gucken, Achtung, ThyssenKrupp. Und wo wir gerade bei der ThyssenKrupp sind, schauen wir uns auch mal gerade noch die Airbus mit an. Die Airbus ist auch so ein Kandidat, wo man einfach vorsichtig sein muss oder, wenn man möchte, auch eine spekulative Trading-Idee rausstricken könnte. Wir haben hier nämlich in der Airbus ein Unterstützungsniveau, sehr markante Nummer 49,5 bis 50,75, roundabout. Auch hier jetzt nicht langfristiger Natur, aber zuletzt einfach angelaufen. Wir sehen leicht fallende Verlaufshochs. Das heißt, dass die Verkäufer immer zu niedrigeren Kursen bereit sind, ihre Aktien wieder zu verkaufen. Und Käufer sind momentan, so wie es aussieht, Fehlanzeige. Jetzt testen wir heute dieses Unterstützungsniveau. Wir sehen leichte Schattenbildung. Also vielleicht schaffen es die Käufer hier noch, das Ruder wieder rumzureißen. Wenn wir aber mal noch einen Stunden Schlussguss hier tiefer sehen im Bereich 49, dann Achtung, Achtung. Dann kann es in der Airbus auch nochmal deutlich tiefer gehen. Das erste Ziel wäre hier ein großes Unterstützungsniveau 39,40 bis 41,80. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.